was geht ab ihr luschen da draußen ist willkommen hier auf v2.0 mit mir exposed und ich möchte euch heute mein neues projekt kann man nicht unbedingt sagen dieses projekt hatte ich schon mal und es kam so gut an aber ich habe es damals trotzdem eingestampft und bloß so viele nachfragen und vielen vielen netten nachrichten von lieben netten user da draußen habe ich mehrere anfangen bekommen ob ich nicht wieder so ein vergleichsportal was private karten betrifft wieder aufbauen könnte dann dachte ich mir gut mittlerweile haben so viele leute angefragt ich baue da was neues auf und präsentiere euch das hier ja ich nehme das hier komplett alles mal mit dem handy auf weil ich gerade sofort bin am rechner den rechner anzuschmeißen das aufnahmeprogramm zu starten aber auf dem handy sieht es genauso gut aus das ist die handyansicht meines neues meiner neue seiten privatparadise.de hier geht's ja live aufnahmen ohne schnitte da kommt jeder scheiß drauf auf jeden fall wie gesagt leute private tarif nach große anfrage wieder neu gestartet neue domain ich hoffe ihr werdet die seite genauso oft nutzen und eine chance geben wie damals und was kann man hier machen würdet ihr euch fragen also privat versteht was ihr kennt eigentlich jeder privat ist eine art karte ob jetzt kreditkarte oder sim karte die auf keine vertragsbasis läuft sondern einfach nur frei benutzbar ist ohne irgendwelche zinsen ohne irgendwelche stufen oder auskünfte weil man nur das benutzen kann was man vorher auf der karte geladen hat und so hat man halt komplette kostenkontrolle und ich fange schon mal hier an jetzt euch die seite zu zeigen wie gesagt herzlich willkommen und ihr bissel infos vorab ganz wichtig immer aktuell also wir tun es wirklich mehrmals am tag für euch aktualisieren und hier haben wir schon mal eine tarife wo man einstellen kann die minuten man im monat so möchte oder internet oder was auch immer man kann natürlich den netzanbieter auswählen man kann weitere optionen hinzufügen ob man lte rufen nummer mitnahme rufen nummer mitnahme ist was ganz feines weil wenn man das beantragt oder dass ein häkchen da drin lässt man noch ein kleines bonus meistens also ist nur zu empfehlen dann so habt ihr auch die alte handynummer immer noch am start und könnt das neue tarif benutzen und zeigt up to date endlich und muss nicht jedem mitteilen wie euer neue nummer lautet auf jeden fall es geht weiter mit der tabelle seht ihr hier wenn ihr nichts oben einstellt einfach alles so lässt es fängt mit den niedrigsten preis an hotel kennt jeder bestimmt von euch war eine firma die damals pleite gegangen ist gibt es mittlerweile wieder die bieten auch preppet karten an man sieht hier in den unteren bereich das starter paket kostet unglaubliche 4 95 was immer bis zu markieren kann also hier unten bei startpaket 4 90 aber das coole daran ist dass man ein bonus von 30 euro bekommt also man kauft das geht quasi für 495 und 30 euro startguthaben man kann sich da echt nicht beschweren für diesen preis da kostet zum beispiel minute und sms von 10 die minute und natürlich kann man hier unten auf den details club knopf drücken und hier ein bisschen mehr informationen grundpreis 0 euro wie gesagt ist keine keine monatslaufzeit man kann es in der zeit kündigen auch wenn man es nicht auflädt man kann trotzdem mit diesen sim karten telefonieren die 30 euro kommt zustande in den mann die 45 die man ausgeben hat wieder quasi zurück bekommt als startguthaben und 25 euro gibt es noch mal drauf wenn man seine alte nummer behält quasi einfach nur das kästchen bei rufnummer also wenn man hier auch weitere infos klickt einfach das häkchen drin rein machen bei rufnummer mitnahme und gibt sein handynummer an und somit kann man egal ob kript oder vertrag die alte nummer mitnehmen und kann den neuen vertrag nutzen hier seht ihr telefon sms in jedes netz 19 19 kript keine laufzeit man kann natürlich weitere details aufrufen und rufen mitnahme bla bla also man kriegt wirklich hier alles erklärt man steht nicht dumm da und wenn man sich am ende sagt ja das interessiert mich ich möchte zu diesem tarif klickt man einfach auf zum tarif nur wird mal schön hingeleitet und wenn man dann auf hotel drauf ist kann man sich das schön hier jetzt noch die restlichen anträge angucken was es noch schön es gibt ansonsten kann man sich dann hier die verträge die es gibt einfach bestellen gemütlich mega dealpreis momentan es gibt wirklich alles mögliche was ihr hier zusammenstellen können aber hier sind sehr viele verträge drin wie gesagt startpaket 10 euro zum beispiel von 35 euro startgut haben auch 19 19 hier gibt es sogar einen vertrag wo nur 6 cent die minute kostet und ins deutsche handy netz egal welches netz die anbieter stehen immer da oben hello mobile telefoniert hier auf ein o2 basiertes netz und platz das was internet betrifft ist auch monatlich dazu buchbar für einen kleinen betrag ist immer unterschiedlich steht bei details also weiteres dabei wenn ihr ihr euch informieren wollt und was haben wir dann noch ja so sind sehr viele verträge drin ob jetzt jibu wegschirm simply vodafone bild mobile debitel lidl edeka und was auch immer sind wirklich sehr sehr viele verlinkt dabei auch gescheide und was für jeden ich mag man kann ich nicht beschweren man kann sogar noch mehr tarif anklicken und weitere tarife aufrufen und man sieht man kriegt natürlich dann entsprechend auch noch mehrere funktionen mehrere jemals monat mehr kostet er für 10 euro 90 wenn man das auflädt im monat hat man dann 300 minuten und 300 sms sms sagt man das heutzutage sondern man sagt das so 300 minuten sms frei und auf jeden fall unten noch eine kleine werbebanner die ansicht kann sich natürlich variieren wenn ihr auf dem pc oder auf dem tablet aufruft die seite anders aus hier oben animiertes bild wird sich immer verändern wir haben hier noch schöne punkte die ich euch anzeigen möchte all net flat rates auch natürlich auf private basiert und ihr könnt hier einen monat vertragslaufzeit ihr zahlt 6,91 euro zum beispiel und habt bei o2 die simply karte und hat 500 mb jeden monat frei also wenn ihr jetzt einen laptop unterwegs habt und 500 mb kann wirklich schon vieles anfangen für 6 euro 91 kann man sich da echt nicht beschweren und je weiter man runter das geht desto teurer wird es dann entsprechen aber man kriegt auch wenn ich sprechen mehr leistung mehr mb oder was auch immer jeder hier ist all net flat auch natürlich man kann jederzeit kind kündigen handy band ist ja da kann man sich zum beispiel auswählen ich stehe auf der samsung ich selbst besitze samsung galaxy s8 plus also ich nehme mir das samsung der g6 plus und ich hätte oben einstellen wie viele minuten hier so im monat verbraucht und internet ob ihr das 24 monat oder ein monat ist jetzt natürlich feste datenautomatik bla 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 und hier habt ihr zum beispiel wenn ihr ss 8 plus möchtet zahlt ihr effektiv nur 33 euro und 4 cent im monat und es gibt auch von saturn alle verträge sind hier wirklich richtig super aufgelistet und man kann direkt zum tarif klicken und kommt dann dann entsprechend zum tarif man kann sich jede handy aussuchen modell das man mag das man bevorzugt man hat hier prepaid freikarten das ist eine leckere schmanker und zwar kosten die karten wirklich 0 cent 0 euro 0 cent 0 penny 0 liere oder was auch immer und wir zwei bieten momentan diese freikarten an die habe ich hier für euch verlinkt das cool ist die kosten wirklich 0 euro die kommen auch nach hause für 0 euro und kostet 19 die minute oder sms wenn ihr irgendwo anrufen wollten natürlich dementsprechend müsst ihr dann eure karte aufladen das könnt ihr gemütlich an jeder tankstelle an jede kiosk an fast überall und wie gesagt die karte sind komplett kostenlos und wenn ihr euch die karten bestellt und mit ladet sie nie auf das ist auch nicht schlimm denn die karten laufen nie ab ist halt immer erreichbar trotzdem die können zwar nicht raus telefonen es sei denn polizei oder irgendwas aber jeder mensch kann euch anrufen wenn man zum beispiel eine zweitkarte für für jemanden braucht das geschäftskonto für das geschäftstelefon oder man hat so ein duo handy also sim slot oder was auch immer wie gesagt die freikarten waren damals sehr begehrt es gibt momentan von o2 und d2 die habe ich hier für euch verlinkt was haben wir dann noch prepaid kreditkarten müssen auch wirklich sehr sehr beliebt ganz besonders für leute die schufa anträge also schlechte schufa beiträge haben oder was auch immer leider gibt es leute die haben schlechten wo die details auskünfte schlechte schufa einträge und hier könnt ihr euch kreditkarte trotzdem raussuchen weil viele läden online und alles möchten zum beispiel die kreditkarte visa karte mastercard oder was auch immer haben und hier könnt ihr euch anfangen die kreditkarte zu legen und ich will es einfach mir das erste aus man sieht hier ist ein mastercard und schufa frei steht oben alles keine gesamtgebühr keine bla 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 0 euro also ich habe alle beiträge ist nicht genau im kopf aber meistens sind die karten die ersten drei vier jahre kostenlos ja und dann kosten sie im monat 25 euro kommt immer darauf an welchen anbieter manche sind durchgehend kostenlos und spart da wirklich kohle und ende und man kann mit der karte auch dann zahlen kannst normal in jedem visa shop aber das gute ist man kommt da in keine miesen rein weil man nur zahlen kann was man vorher drauf aufgeladen hat und aufladen ist auch wirklich komplett easy ob wir es mit gut haben oder über euer normales konto könnt ihr geld überweisen auf eure kreditkarte und so hat auch so haben auch leute mit schlechten bonitäts auskünften oder schufa einträge die möglichkeit die karte zu beschützen beschützen ja beschützen beschützen was ist denn los heute so beschütten besitzen besitzen ja besitzen egal noch mal schnell weiter bevor ich hier noch dumm mal weiter dumm laber darf tarife zum reine tarife wo man eigentlich nicht äh telefonieren kann damit man kann nur surfen und hier seht ihr gerade hier stand da verkehrt kosten 0 euro aber ihr müsst jeder monat 4 euro drauf haben quasi dann habt ihr 500 mb für laptops gut geeignet ja was wollte ich dazu sagen alles dabei wer ständig aktualisiert auch angebote wenn ihr auf bestimmte angebote wartet oder schaut auf das vorbei denn dann entsprechend gibt es auch manchmal gute angebote und die werden dann oben kann schnell zusammengefasst hier sind noch paar informationen zu prüfen was es für vorteile hat und hier unten habe ich euch noch ein kleines leckerli eingebaut und zwar verträge schnell und einfach kündigen ja und zwar könnt ihr hier über die seite ein partner seite von mir wenn ihr drauf klickt sagen ich will hier zum beispiel meinen e plus vertrag ihr könnt hier oben kündigen damit ich kein vertrag oder kein handy weil ich jetzt zum beispiel ihr entscheidet euch kein vertrag mehr zu nutzen und wollte lieber ein kredit karte haben dann habt ihr hier schon fertig alles ausgefüllt ihr müsst ihr nur noch euren namen eurer straße bank euer postleitzahl und ort eintragen sowie eure handynummer und da liegt alles eigentlich schon bei ich muss dann da unten quasi unterschreiben mit euren namen ihr könnt sogar kostenlos jetzt direkt über dieses programm hier die kündigung einreichen und kriegt auch eine art kündigungsbestätigung das ist so wie wenn ihr jemanden ein einschreiben schickt und wie gesagt leute ich kann es auch schon mal empfehlen gibt der seite eine chance kosten tut sie nix man kann jede karte kostenlos eigentlich anfordern und wenn man was zahlen muss fünf euro einmalig damit frei hausgeliefert wird kriegt man wie gesagt eine gute statt dafür ein bonus für 30 oder 25 euro starter bonus man hat quasi für fünf euro an die sim karte bekommen und 25 euro oben drauf was du was kann man dazu sagen also man kann ich da echt nicht beschweren und ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß und erfolg mit der seite viel spaß beim sparen und so bleibt ihr immer aus verträge raus könnt jederzeit kündigen seit links wo gebunden geht keine schule einträge und 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 ja die seite heißt www.prepaid-paradise.de und wie gesagt schaut rein gibt meiner seite eine chance und viel spaß und erfolgt beim sparen und ich bin jetzt hier mal raus komm schon wo ist hier das stopp button demnächst gibt es auch wieder neue videos aber jetzt bin ich mal zu faulen und weiß erstmal konzentriert ihr auf mein neues projekt aufzubauen auf meine prepaid seite und leute wie gesagt ich hoffe 15 minuten ich hoffe ich habe noch so weit mitgeguckt weil viele leute schalten früh ab weil sie keine lust haben ich hoffe ihr könnt nicht dazu und wie gesagt viel spaß leute ich bin raus abonnieren liken kommentieren peace and out